Hallo, ich bin Jan Haft und mein neuer Film wird gerade fertig. Wir haben drei Jahre dafür gedreht und jetzt ganz am Schluss kommt alles zusammen. Wir sind heute hier bei der Sprachaufnahme. Der Tonmeister macht die Mischung und noch wenige Tage, dann ist die Wiese ein Paradies nebenan fertig. Ab 4. April im Kino.